würde ich das probieren, die, die halt auch mit runtergehen wollen, die sich halt eben fallen lassen wollen, dass man euch eventuell wirklich was Gutes tun kann und ich würde mich da wirklich mal abfarmen lassen. Also wenn euch das gefällt. Also ich gehe mal davon aus, dass euch das gefällt und von daher wäre das schon ziemlich nice, denke ich mal. Also jetzt gucke ich mal gerade. Zwei Tage Zwangspause. Zwangspause, was? Wie? Warum? Warum Zwangspause? Ja, guckt euch meine Bauarbeit an. Ich habe 0 von 5. Denn ich habe mir das wirklich zum Ziel gesetzt und dachte mir, gut, okay, komm, du schubst alle Kasernen noch an und meckst die Mauern halt komplett durch. Ja, und da kam mir mein Gedächtnis beziehungsweise mein Gehirn ein bisschen dazwischen, weil, wenn ich die dunkle Zauberspruchfabrik upgrade, natürlich meinen Townhall upgrade, dann eine Kaserne, die zweite Kaserne und die dritte Kaserne upgrade, dann habe ich 5 Bauarbeiter, die in Arbeit sind. Wenn ich natürlich 5 Bauarbeiter habe, die in Arbeit sind, kann natürlich kein Bauarbeiter irgendeine Mauer weiterbauen und auch nicht noch mal eine andere Kaserne. Das heißt, das war so ein bisschen unüberlegt, aber ich wollte jetzt trotzdem nicht einfach irgendwas wieder abbrechen. Ihr seht selber, ich hätte es halt locker geschafft, also gemaxed, soweit geht klar, sage ich mal. Ich habe sogar noch den Earthquake noch mal angeworfen, weil ich mir gesagt habe, gut, okay, komm, das dunkle Muster auch nicht rumliegen haben. Aber damit ist eigentlich wirklich eine Zwangspause. Bloß ich dachte mir dann auch, gucken wir mal kurz rein, in den Verteidigungslog können wir genauso angucken, aber auch in den Angriffslog dachte ich mir auch, naja, wir könnten ja jetzt eigentlich gar nichts machen. Aber logisch gibt man natürlich noch mal richtig Hartgas und die Raids an sich sind nicht doll, dass man jetzt sagt, oh, hier irgendwie 500 von beidem oder so. Aber man muss immer beachten, dass das immer relativ schnell hintereinander immer mal hier, guck mal hier, eingemacht gleich nächste, zack gleich noch mal und so weiter und so fort. Also, dass man wirklich viel, ja, durchrennen kann. Ich meine, hier so ein Kobold-Angriff, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so interessant ist. Ich guck mal, ob wir hier jetzt einen haben, der, ja, hier, guck mal, zum Beispiel der hier ging jetzt ganz gut, aber das muss man, ich glaube, glaub mal, so was kennt jeder und die Sache ist halt wirklich einfach die, es ist halt momentan so krass, dass der, der Loot halt wirklich so übel hart da ist, dass man das einfach wirklich mit so einen einfachen Truppen machen muss in der Liga, meiner Meinung nach. Was soll ich denn irgendwie was mehr nehmen? Ist ja Blödsinn, wenn ich das einfach so wegsnacken kann und von daher passt das, da nehme ich richtig schön meine Lager dann voll, dass ich dann natürlich nach den zwei Tagen, habe ich ja eh Townhold 10, dass ich dann noch kurz die Mauern fertig ballern kann und dann wiederum stehe ich nicht da und sitze dann da, oh Mist, jetzt musst du erst noch die Kasernen auf 11 upgraden, sondern dann sind die so weit schon auf 11 und könnten dann höher. Das dazu, also da bin ich richtig gut aufgestellt und es macht mega Fun. also für jeden, der jetzt sagt, oh naja, ist gerade so ein bisschen der Wurm drin, ey kommt in Gold, kommt in Silber und zieht euch das einfach rein, das geht richtig, richtig gut. Mal gucken, ob wir hier noch einen Live Fight hinkriegen, ich skipp euch dann halt wieder raus und dann sehen wir gleich was geht. Der hat hier zwar jetzt nicht sonderlich viel, aber hat Townhold draußen, den würde ich dann mit den Helden oder sowas, aber guckt mal, in verschiedenen hat er ein bisschen mehr, ganz wenig rausballern hier, nicht zu viel. Mal schauen, wir hatten ja 60 Kobis, mal gucken, wie die sich hier, hier wird nicht so viel drin sein, hier sieht man es ja, da ist nicht wirklich die Masse drin, aber gebt euch das bitte mal. So, das Dunkle wird jetzt, wäre ein bisschen schwieriger, deswegen lassen wir das einfach mal. Townhold ziehen wir uns jetzt hier mal rein und guckt mal, ich habe die Kobis, ich gebe es offen und ehrlich zu, ich habe es einfach an der falschen Stelle gedroppt, die hätten hier kommen müssen und dann wäre der, wären die eventuell nicht down gegangen, was mich aber nicht weiter stören sollte, da haben wir nämlich noch eine relativ volle Mine, deswegen gehe ich da wirklich einmal komplett rein, komplett, was auch richtig cool ist, ich habe ja die Helden nie so dolle genutzt, also klar, auch im CW und sowas, die sind ja wirklich ausschlaggebend für einen Kampf, ganz klar, aber so richtig dolle habe ich sie jetzt nicht genutzt, außer halt die Queen, klar, Queen Walker, logisch, aber das ist natürlich richtig geil, das merkt man erst noch viel krasser, wenn man halt wirklich dann Truppen hat, die halt so gar nichts peilen, beziehungsweise halt nicht so wirklich stark sind und dann halt noch die Helden oben drauf hat und damit dann richtig was reißen kann am Ende, also von daher easy peasy. so, wo waren wir jetzt ungefähr? Wir haben, wir haben nicht nur sechs, ich würde schon sagen, hier sechs Goblin, ja, Facepalm, 60 Kobis rausgehauen und die Helden gedroppt, naja, und? Läuft doch, oder? Und dann schrieb, genau, einer schrieb in den Kommentaren, Barge ist viel günstiger und effizienter. Effizienz, ja, Effizienz, vollkommen richtig, du schickst die Barbaren vor, haust die Archer nach, vollkommen in Ordnung, da gebe ich dir recht, teilweise, weil, ihr wisst es selber, wenn ihr eine Base habt, ich gucke nochmal kurz in den rein, ob das so war, ja, ja, sage ich jetzt mal, doch schon, ist es so, ich habe jetzt zwar so nicht angegriffen, weil ich mir halt die Kobis sparen wollte, die habe ich halt oben verballert, aber, ihr seht das ja hier, die Mine ist ja, relativ, ja, zentral gelegen, und du würdest ja, zum Beispiel, mit Barge, da nicht richtig rankommen, klar, wenn du natürlich alles nackig machst, logisch, dann schon, aber ansonsten, wisst ihr glaube ich selber, Kobis, zack, rennen directly into the gold mine hinein, und dann ist das schick, so, und von daher sind die Kobis auch effektiv, kann man jetzt auch echt nicht sagen, nee, die sind nicht effektiv, und, dann kommt aber folgendes, derjenige schrieb, günstiger, also, ich nehme dir alles ab, aber da kannst du, ich weiß nicht, vielleicht hast du irgendwelche Blümchen, oder irgendwelchen Blüten Staub geraucht, also, ich sehe hier eine 150, ich sehe hier eine 400, und ich sehe da eine 200, egal in welcher Konstellation ich da zusammenwurschtel, was ja im Normalfall ungefähr Hälfte Barbaren, Hälfte Bogis ist ja im Normalfall, ich komme da nicht auf ein Ergebnis, was irgendwie günstiger wäre, und man sieht es ja auch, man braucht ja relativ wenig Kobis, um halt so eine Mine zu plätten, weil der Schaden, das wissen wir ja, denke ich, auch hier doppelt genommen wird, das heißt also, die zerfetzen die Lager, und Minen, und Sammler, und Bohrer, und Rathäuser, mega gut, also von daher kann ich da gar nichts sagen, also wie gesagt, mit diesem Billiger, das was du geraucht hast, war definitiv nicht das Richtige, weil das stimmt nämlich nicht, Billiger bist du da auf jeden Fall nicht, nee, aber ansonsten, läuft das wie gesagt mit den Kobis, richtig, richtig nice, und mit dem Spenden, sehe ich natürlich dann so ein bisschen alt aus, ist halt immer noch so leider, ich habe mir dann heute früh, dann mal wirklich gesagt, gut okay komm scheiß drauf, jetzt baust du mal ein paar Walküren, und dann passt das, aber die sind jetzt momentan auch inaktiv, wobei ich aber nicht sagen kann, oh naja, warum sind die so inaktiv, weil man hat auch irgendwie so ein Privatleben, beziehungsweise eine Schule, oder was auch immer, und von daher will ich auch nicht sagen, oh warum seid ihr nicht aktiv, weil ich bin oft genug beim, während der Arbeit halt eben auch nicht am Spielen, aber bin da wirklich wieder, so richtig krass reingerutscht, muss ich sagen, also ihr kennt das selber, mal spielt man es, also es ist immer so gewesen, außer halt auf meinem Dienstaccount, da ist es ja so, Wochenende ist Wochenende, das Diensthandy habe ich dann nicht am Start, dann gucke ich da gar nicht rauf, auf meinem zweiten Account, aber mit dem anderen ist es immer so, dass ich spätestens halt nach zwölf Stunden, halt die Kasernen leer mache, die mache ich natürlich auch leer, aber, dass ich da halt eben die Ressourcen absammle, und dann passt das, und deswegen ist es, ja, so, dass man das halt eben immer mal macht, aber jetzt ist halt wirklich wieder so, wirklich, ich sag mal, alle halbe Stunde oder sowas war ich dann dabei, und hab mich immer wieder dabei erwischt, oh cool, 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 wieder schön gesuchtet, wieder schön richtig loot gemacht, und ja, wie gesagt, ich stehe dann halt bald da, und überlege, was würdet ihr denn davon halten, also, findet ihr das gut, schreibt das mal bitte in die Beschreibung rein, also nicht in die Beschreibung, sondern ihr wisst, was ich meine, in die Kommentare, soll ich Sub 200 mit diesem Account gehen, und dann würde ich euch zum Beispiel für den letzten Tag, weil ich ja jetzt goldmäßig zum Beispiel, ja so gut wie komplett voll bin, und dann würde ich wirklich sagen, würde ich das probieren, die, die halt auch mit runter gehen wollen, die sich halt eben fallen lassen wollen, dass man euch eventuell wirklich was Gutes tun kann, und ich würde mich da wirklich mal abfarmen lassen, also wenn euch das gefällt, also ich gehe mal davon aus, dass euch das gefällt, und von daher wäre das schon ziemlich nice, denke ich mal, also jetzt gucke ich mal gerade, ich glaube, hier würde alles auf die Schnauze bekommen, ich gucke mal, dass ich irgendwo reinkomme, ja, es ist halt, ich würde jetzt einfach mal probieren, ein paar Luckys, das sind ganz weit außen, jetzt sagt ihr natürlich auch, oh, was verschwendest du so viel Dunkles, für das bisschen an Zeug hier, klar kann man das so sehen, aber, ja, who cares, ich meine, ist halt so, ist halt so, Gutoa gönnt sich, und fertig, so hier, hauen wir hier nochmal ein bisschen was rein, zack, und, zack, und wie gesagt, das wäre eventuell so eine Variante, so Sub 200, wäre, denke ich, nochmal eine ziemlich geile Nummer, wo man dann halt einfach auch nochmal sagt, hey, gut, okay, komm hier, für die Subs geben wir mal ein bisschen was an Ressourcen raus, zack, wow, war jetzt nicht der Fight, wisst ihr selber, klar, aber, passt, das soll es schon von mir gewesen sein, und, dann, wie gesagt, gucken wir, wie gesagt, läuft echt, also, macht mega Fun, ach so, ich gucke nochmal kurz in den CW rein, bloß, dass ihr das mal seht, äh, ja, die Gegner haben richtig rasiert, würde ich sagen, ich würde mal fast sagen, da könnte man sich mal fast alle, äh, alle Angriffe von den Gegnern angucken, da hat der Fünfte von uns den Achten angegriffen, und, naja, ich sag mal, wenn ich das sehe, Dreier Drachen, zehn Stück, ich würde jetzt eigentlich, ich bin der Meinung, es war kein Three Star, aber eigentlich muss da ein Three Star locker drin sein, vielleicht war es auch einer, gucken wir mal, ich meine, da muss schon richtig derbst Scheiße laufen, dass man das mit den zehn Dragos nicht klar kriegt, ja, damit hat er nicht gerechnet, Junge, damit hat er einfach nicht gerechnet, guckt mal, noch lebt er jetzt, und lebt er nicht mehr, also, da hat, äh, unser Drache, unser CB-Drache natürlich doch gut rasiert, aber eigentlich sollte das gar kein Ding sein, das gibt's nicht, Alter, don't tell it to me, Junge, Alter, die wir an dem mal richtig den Popo aufgerissen haben, Alter, das war nicht sein Ernst, krasses Pferd, würde ich sagen, und nicht, sehr geil, hat er ja noch nicht mal das Tor, sehr, sehr, sehr fett, also, das ist schon richtig gut, der wurde bestimmt von uns bestochen, Alter, hier, gucken wir mal, wie er, Alter, er hat ja richtig auf Tash, jetzt bin ich ja mal gespannt, hier die Blitze, wie die jetzt sitzen, jetzt hat er mitgekriegt, naja, okay, locken wir mal erst hier den Special Drago raus, wo man auch wieder sieht, richtig geil, dass unser Clan halt, also, klar, für die meisten sollte das eine komplette Verständlichkeit, eine Selbstverständlichkeit sein, dass die Truppen im CW gespendet werden, also, das, was halt gewünscht ist, und dass man da halt eben auch ordentliche Truppen kriegt, klar, aber, ja, ich denke mal, für viele der Abonnenten ist das nicht so, klar in deren Clans, also, von daher, hm, und jetzt geht, ah, der King geht schon mal richtig down, und er hat auch, ja, was wollte er hier machen, also, ich weiß es nicht, alter Junge, läuft nicht so ganz bei dir, nicht so ganz, aber ich meine, er hat es immerhin zum Tuster gebracht, war, ja, läuft, richtig geil, aber das ist halt eben auch wieder dieses Problem, man steht halt wirklich da, und die CB des Gegners kann einen halt ordentlich bumsen, das ist halt wirklich so, da hast du Magier drin, hast da nicht drauf geachtet, und setzt deine Trupps rein, und, ja, bam, Ende, hier genau dasselbe Thema, hier, perfektes Ding gewesen, perfektes Ding, die, äh, die Sprungfalle, war einfach mal so, dass halt wirklich die Mauerbrecher, ja, vorher gekillt wurden, die sind aber fester Bestandteil dieser Strategie, jetzt hat er hier das Problem, dass hier halt eben noch geschlossen ist, so, kommt da nicht weiter ins nächste Compartment, und setzt sich erstmal ran, und, frisst sich da, oder frisst sich die Beine aus, genau, beißt sich die Zähne dran aus, und kommt jetzt erst rein, also hat natürlich megamäßig Zeit verloren, ganz klar, und hier wird mal gnadenlos gefrieselt, würde ich sagen, aber richtig in die Frise rein, ja, der Lava Hund macht jetzt nicht den Schaden, aber guckt mal hier, äh, die Queen hätte die ganze Zeit schon losballern können, aber sie hat sich erstmal natürlich mit dem Lava Hund beschäftigt, und jetzt, alter, ist das so eine close Sache, ach, ich wollte schon sagen, ja genau, also das Town Hall ist down gegangen, das haben sie hinbekommen, und jetzt der Warden, ich meine, Reichweite vom Warden natürlich mega geil, aber der Schaden selber, ist ja dann eher im minimalistischen Bereich tätig, und, dann war's, dass er hier hat dann noch probiert, so ein bisschen was zu ruppen, aber, das wurde dann hier auch nichts, das war's Leute, das war's, ne, ansonsten, läuft das, das war's dazu, ich hoffe, es hat euch gefallen, und, ja, mal gucken, wie das heute hier so noch weitergeht, also dann für euch dann sozusagen in den nächsten Tagen, ich wünsche euch was, und haut mal rein, ciao, ciao, Drei, Vielen Dank.